Hallo Oldtimer-Freunde, ich zeige euch heute hier mal ganz schnell ein paar Bilder von einem ganz alten Ford T aus dem Baujahr 1909. Seht euch einfach die Bilder an und wenn ihr sie etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch heran. Hierbei handelt es sich um ein Feuerwehrfahrzeug. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Oldtimer, die könnt ihr euch auch alle gerne ansehen. Wenn euch dieser Ford gefallen sollte, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Also viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017